Am Wochenende attackierte Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen die FPÖ Niederösterreich frontal. Es sei verantwortungslos von Landeshauptfrau Mikkel Leitner von der ÖVP, Keller-Nazis in höhere Etagen zu heben. Einem niederösterreichischen FPÖ-Wähler platzte daraufhin der Kragen. Er hat nun Strafanzeige gegen Kogler erstattet. Wörtlich sagte Kogler gegenüber der Krone Zeitung. Das Risiko ist zu groß. Deswegen halte ich, ihr, in diesem Fall Johanna Mikkel-Leitners Handeln für verantwortungslos, die Keller-Nazis in höhere Etagen zu heben. Der Sager des grünen Vizekanzlers sorgte ordentlich für Kritik. Einem Baumeister platzte regelrecht der Kragen. Er beschloss, das nicht auf sich sitzen zu lassen. Er ist zwar nicht FPÖ-Funktionär und wie es scheint doch nicht FPÖ-Mit geht, wohl aber freiheitlicher Wähler. Bei der vergangenen Wahl gab er dem FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer seine Stimme. Deshalb sieht er in den Aussagen Koglers auch einen Angriff gegen seine Person. Am Montag hat er eine Strafanzeige gegen den Vizekanzler Werner Kogler bei der Polizeiinspektion Krems an der Donau eingebracht. Dass Werner Kogler die FPÖ Niederösterreich und ihre Wähler infolge des Regierungsübereinkommens als Keller-Nazis bezeichnet hat, sprenge die Grenzen meiner Vorstellungskraft, unterstreicht der Baumeister Rudolf P. in der Strafanzeige. Die Anzeige soll mittlerweile an das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung weitergeleitet worden sein.